hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir hier wieder aus diesem kanal und heute spielen wir mal clash royale ich habe es mir gerade heruntergeladen auf gar mal gestartet nur heil da habe ich mein mikro nicht angeschaltet ich bin auch so schlau das fehler heute spielen ein bisschen clash ich bin eigentlich gut ich habe es mal gespielt aber ich bin einfach schlechter als ich finde das mal bleibt da ich glaube ich mal den schweine heute auf und ich auch sagen beginn mal lasst ein like dann aber wenn ihr wollt dass ich weiß eigentlich wo ja oder so oder ich schieben soll bei der coole so dass sich angriff nicht gut ja isa isia feuerball in dein gesicht da hätte sich feuerball gelohnt ist ja schlau von mir alter muschketier baller sie ab alter baller sie ab bogenschütze bringt nichts ich mach mal la schweinereiter lauf du schwein beschütze das tower nein falsche richtung ich sei auch so schlau losbogen kobold ich bin ein lecker liebchen läckchen lakker ihr lakker fuieball hui biu ja hat sich nicht gelungen egal losbogen die Ich mach mal den Riesen. Uff, 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 uff. Ganz bremselig. Okay, der Riese beschützt den. Sehr gut. Bogenschützen, bleib da. Los. Leutkehren. Feuerball nochmal. Ritter hier hin. Hier, Prinz. Du bist ja gut, Prinz, oder? Lauf, du, laurig. Oh, mein Gott. Los, Bogenschützen, ihr seid gut. Der eine sieht aus wie er irgendwie dieser Nachthexamort ist. Bruder. Was ist mit dir los? Scheiße, ich hab Riese gemacht, ich bin doof. Aber das leckte ich ein bisschen ab. War nicht so schlecht. Uff. Kackt. Mann! Einfach so schlecht ist der. Alle sind so schlecht. Aber ich bin einfach nur schlechter. Ja, gut. Ich hab 500 Profilen. Ich spiel mal doof. Ich spiel einfach mal Party. Mach mal noch eine Runde. Und dann würde ich sagen, dass, äh, was denn mit dem Video nach der Runde. Wollt ich noch drunter. Und, äh, ja, das ist das Neue, was ich spiele für das Video, weil ich hab ja gesagt, im letzten Video, ich werde was Neues spielen. Nein, nein, nein. Was anderes so. So, travel, stadt. Boah. Was das, was war, bin ich, bin ich denn komplett vom Baum gefallen, Alter? Bin ich gerade wirklich vom Baum gefallen, oder? Wie hab ich den Feuerball platziert? Lauf. Was das für ein Möllen? Oder der sieht hässlich aus. Sieht aus wie so ein großer Bomber, Alter. Nur ein Go. Oh, der macht gar keinen Schaden. Heerleitkein. Süß. Lüseleitkein. Schweines. Oh, oh, uff, 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 uff. Hier, Prinz. Los, Lauf, Prinz. Prinziger Prinze. So ein Dricks. Müll. Prinz. Riese, jetzt dein Job. You. You turn. Lauf. Wenn. Los, greifen sie an. Lauf. Los, Bogenschützin. Mach das kaputt. Okay, er hat's fast kaputt gemacht. Aber er macht viele Kurbel. Oh, oh, uff. Oder bin ich dumm im Gehirn? Warum? Wie los bin ich denn? Hm. Ja, jetzt haben die Problem. Jetzt haben sie ein Problem. jetzt haben sie ein problem okay wir haben ein problem ich musste jetzt ich möchte jetzt beschützen brennst du es an hier so dreckig so dreckig warte wenn die jetzt einmal schießen komm lauf 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 nein das ist doch falsche richtung ja nein nein wenn ich den feuerball falsch platz ist aber ich habe fast vom bett gefallen das war so mein gehirn ist gerade an der stelle würde ich das heute video breiten wenn es euch gefallen hat lasst ein leckern aber wenn ihr weiterhin clash royal haben wollt ich wünsche euch noch einen schönen tag oder reinleid tschüss ich habe meine gruppe tschüss bis dann